Ja, Leute, ich bin Schatzkeppstart, heute mit einem neuen Video und zwar, wir sind hier heute im Murmelsimulator und zwar, guckt mal, wir sind einfach eine Murmel und wir können hier, seht ihr das? Guck mal hier, ich muss euch das zeigen. Oh, wir können jetzt hier klicken. Oh Gott, ich klicke jetzt hier. Klicke ich jetzt hier? Kriege ich jetzt was? Oh Gott, ich kriege ja gar nichts, Bro. Ey, das ist voll langsam, auch weil wir noch voll der Noobs sind. Nämlich, seht ihr da unten? Wir können hier nämlich diesen Berg runterrollen und pro Klick werden wir halt ein bisschen schneller. Ihr seht, wir sind jetzt schon auf 19 kmh, 20 kmh, also wir sind jetzt hier halt pro Klick immer ein bisschen schneller geworden. Ihr wisst, ich habe auch den Autoklicker am Start und jetzt geht es auch schon den Berg runter und wir können hier halt immer schneller werden. Wir können hier richtig viele Boosts kaufen. Oh, guck mal, wir können hier doppelte Klicks kaufen und dann können wir richtig, oh, dann können wir noch schneller den Berg runter. Ich sage euch ehrlich, das ist ganz, ganz krank hier. Zack, so, jetzt haben wir hier schon mal ein bisschen was gekauft. Wir haben jetzt schon 102 Münzen, nämlich umso weiter wir den Berg runterrollen mit der Murmel, umso mehr Münzen kriegen wir. Jetzt sind wir hier gerade in der Schneewelt drin. Guck mal, man sieht mich gar nicht mehr. Hä, aber sind wir schon der Schnellste oder was? Wo sind denn die anderen? Oh, nein, nein, kommt da einer. Wow, was hat der denn für eine Murmel? Wow, der hat eine blaue. Ey, sein ist aber, doch, 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 sein ist ein bisschen schneller, glaube ich, wie meine. Ey, das ist ja voll cool. Und guck mal, was wir hier noch alles kaufen können. Wir können hier auch Haustiere. Okay, es gibt Haustiere im Shop. Dreimal. Nein, 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 nein. Wir kaufen erst mal. Ich würde sagen, lass erst mal zweimal Geschwindigkeit testen. Komm, wir testen es mal. Zweimal Geschwindigkeit. Oh Gott. Okay, das werden wir gleich merken. Das werden wir beim nächsten Start richtig merken. Und dazu hole ich mir noch direkt doppelt. Warte mal. Ne, haben wir? Ach, Doppelklick haben wir ja schon. Ach so, ja, ich bin lost, Leute. Zweimal Münzen, auf jeden Fall. Das brauchen wir zu 100 Prozent. Zweimal Münzen. Nämlich, wenn wir jetzt hier durch diese Tore kommen. Gratz, Quatz, Leute. Und, äh, wird es halt ein bisschen... Warte mal, ich muss da hier Licht anmachen. Ich sehe gar nichts. Alles hier so dunkel. Äh, wird es jetzt nämlich gleich ein bisschen mehr geben. Und hier hinten gibt es 500.000. Wir sind gerade mal bei 10.000. Holy moly. Wir sind, äh, ich habe das Gefühl, wir sind ganz schön rentnermäßig noch unterwegs. Zur Zeit, dass die Runde vorbeigeht, dass wir mal hier ein bisschen geupgradet werden. Das ist ja hier alles noch... Komm, das kann ich mir hier alle... Ja, super. 30.000 Münzen nochmal. Wir sind jetzt aber von den Münzen her Platz 1. Aber ich bin leider in so eine Lobby gekommen, wo nicht viele Leute drinnen sind. Vielleicht kommen gleich noch welche nach. Und so, zack. Die Runde ist vorbei. Ihr habt also das Spielprinzip, denke ich mal, verstanden. Jetzt gucken wir aber erstmal hier tägliche Belohnungen. Das müssten ja theoretisch die hier sein. Genau. Tägliche... Ach, nee, das ist hier Gruppentruhe. Ah, guck mal, ich werde auch direkt hier schmalzig gerade klicken ein bisschen nebenbei. Und jetzt werde ich automatisch direkt ein bisschen schneller und kann ich mich hier... Ah, das ist alles Gruppentruhen. Oh, guck mal, wie schnell wir schon sind. Ui, 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 ui. Und hier gibt es sogar einen Shop mit... Was ist das denn hier? Und Pets. Warte mal. Oh, mein Gott. Zehntausender-Pets. Hier gibt es Robux-Pets. Oh, Gott, ist das teuer. Ey, Leute, ich mache erstmal hierfür 10.000 Coins, Pets auf. Mal gucken, was das erstmal bringt. Wir haben jetzt hier einen Hund entdeckt. Äh, 32 Prozent, Leute. Das ist sogar der schlechteste Hund. Das heißt, ich graue mir jetzt einfach zweimal Glück. Dann haben wir ein bisschen mehr Glück. Und wenn wir mehr Glück haben, ziehen wir vielleicht auch ein seltenes Haus. Das ist hier. Warte mal. Ey, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Guck mal hier. Guck mal hier. Jetzt werden wir uns. Vorbei. Es ist vorbei. Ich sage euch, jetzt ist schon vorbei wieder. Weil wir werden uns jetzt hier zweimal Glück holen. Dreimal Glück holen. Und dann es auch direkt verwenden. Dann haben wir den absolut geisteskrankesten Boost ja überhaupt. So. Also wenn ich jetzt kein... Hier. Wenn ich nicht dieses Hühnchen ziehe, dann weiß ich auch nicht. Okay. Die Katze war jetzt... Hä? War nicht mal selten, die Katze. Hä? Hä? Oh. Nur das Schlechteste gezogen. Und wir haben keine Coins mehr. Ja, schönen Dank. Aber auch... Ich muss schnell runter hier. Oh. Guck mal hier. Ey, wie schnell wir abgehen jetzt. Wir sind gerade mal bei der Hund. Oh. Ich sage euch, das geht schon ab. Und nebenbei können wir mal gucken. Alter. Die Haustiere. 1,4 Klicks mehr. Ähm. Du hast keine Haustiere ausgerüstet. Ja, ich will ja am besten ausgerüstet. So. Jetzt haben wir schon mal die Haustiere ausgerüstet. Und in der nächsten... Guck mal. Ich bin jetzt schon erst... Ich ziehe an... Oh Gott. Ich ziehe selbst an den Typen vorbei. Der hat ja gar keine Chance mehr. Komm. Ich muss da unten noch reinkommen. Kommen wir noch in die 10k rein? Dann haben wir nämlich direkt noch ein bisschen für die nächste... Für die nächste Runde ein paar Haustiere. Oh. Das wäre wichtig. Ey. Ich habe noch nicht mal alle Boosts gekauft. Es gibt sogar noch mehr Boosts. Soll ich mir mal für die nächste Runde alles kaufen, was es hier gibt? Nein. 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 Zwar dreimal Geschwindigkeit. Okay. Ich kaufe jetzt alles. Jetzt ist es vorbei. Und dann werden wir richtig schnell. So. Das kaufen einmal. Dann noch einmal das kaufen hier. 30 Kay noch nebenbei gemacht. So. Oh Gott. Ich bin gerade mega hochgeflogen. Das noch kaufen. So. Jetzt haben wir hier diese ganzen Boosts. Das muss ich noch einmal kaufen. Weil das läuft gleich ab. Zack. Zack. Oh. Autoklicker. 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 Ah. Verwenden. 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 So. Zack. Jetzt klicks. Klicks. Ich habe den Autoklicker noch nicht eingestellt. Also den werden wir gleich einstellen. Aber guckt mal, wo wir jetzt... Alter. Nein. Was passiert denn jetzt? Was ist denn jetzt los? Bro. Wir sind die schnellste Mobil im Universum. Das ist ja nicht mehr normal. Oh Gott. Das backt hier richtig rum. Wir haben jetzt tausender Geschwindigkeiten. Oh. Äh. Bro. Was? Äh. Okay. Dass das jetzt so overpowered ist, wusste ich ja jetzt eigentlich nicht. Und wir haben noch nicht mal diese Dreifachgeschwindigkeit geholt. Ja. Wir sind jetzt hier bei 25k durch. Du kannst jetzt wiedergeboren werden. Wiedergeburt. Wiedergeburt ist plus 100% Boost? Äh. Ich habe jetzt einfach Wiedergeburt gemacht. Während der Runde. Und das Ding ist... Äh. Ich bin immer noch absolut schnell. Was kriege ich denn danach? Plus 200% Boost? Wie viele Münzen brauche ich dafür? Ich brauche dafür 225.000. Wie viel kosten hier 500.000? Äh. Wisst ihr was? Wisst ihr was? Ich mache jetzt hier keine halben Sachen. Ich mache jetzt direkt nochmal Wiedergeburt. Zack. Ah. Nein. Okay. Das war vielleicht nicht so klein. Weil ich hätte mir vielleicht... Obwohl. Ne. Das lohnt sich. Ich kaufe mir nochmal Wiedergeburt direkt. Es reicht mir jetzt. Ich... Ich... Leute. Wir zocken hier gerade drei Minuten die neue Runde. Und ich drehe komplett schon wieder durch. Ich gebe schon wieder zu viel Robux aus. Und kaufe nochmal Wiedergeburt. Reicht mir jetzt. Es reicht mir. Habe ich euch doch gesagt. Komm. Nochmal Wiedergeburt rein hier. Zack. Komm. Hier nochmal. Äh. Okay. Warte. Die restlichen 6.000 können wir eigentlich sammeln. Es lohnt sich jetzt da nicht nochmal für Robux auszugeben. Aber wir haben dann schon... Oh. Jetzt habe ich mich teleportiert. Nicht so schleffer gewesen. Wir haben jetzt schon dann eine Boost-Geschwindigkeit von über... Also von 400% danach. Was ist das denn? Das ist doch übelst overpowered oder nicht? Uns fehlt aber auch nicht mehr viel. Hier nochmal. Zack. Nochmal hier. Hä? Wir kriegen keine Dings mehr. Keine... Kriegen wir keine Wins mehr gerade? Könnte auch sein, dass Buggy ist und dass wir als nächste Runde wieder welche bekommen. Aber das wäre nicht so schlimm. Weil... Ähm... Wir starten jetzt eh nochmal neu. Hier so. Komm. Ich starte jetzt nochmal neu. Mach jetzt den Autoklicker an. Auf absolut super Speed, Freunde. Und dann werden wir komplett durchdrehen. Ich bin gespannt, was... Oh mein Gott. Okay. Wir hatten gerade eine Höchstpunktzahl war 997. Wir müssten jetzt eigentlich locker höher gehen, oder? Wir müssten locker höher gehen. Ja, ja, wir gehen höher. Ja, ja, wir gehen höher. Wir gehen höher. Wir gehen jetzt auf 1000. Wir sind jetzt auf 1000. Oh Gott, wie schnell. Ich glaube... Oh mein Gott. Was passiert hier? Äh... Ist das der Flugsimulator? Wir können jetzt Wiedergeburt machen. Oh. Wiedergeburt ist durch. Und wir haben jetzt... Ja gut. Jetzt fangen wir natürlich wieder von vorne an. Ich würde sagen, wir warten jetzt ab, bis wir nächste Runde drin sind. Oh Gott, weil jetzt geht es ja quasi nicht weiter. Wir müssen jetzt nächste Runde wieder abwarten. Und dann werden wir uns was richtig Krankes holen. So, jetzt sind wir hier wieder am Anfang. Ich habe gesagt, wir drehen durch. Wir holen uns jetzt für 500.000 nochmal hier Coins. Zack, die haben wir jetzt auf dem hohen Konto. Dann gehen wir jetzt nochmal in den Shop rein. Und werden uns... Können wir uns hier mehr Haustiere holen? Wartet mal, ich gucke mal kurz. Wir haben jetzt Haustiere ausgerüstet. Drei. Aber wir können uns auch nicht mehr Haustiere holen. Das heißt, wir werden jetzt einfach OP-Eier aufmachen. So. Oder was gibt es denn hier noch? Rote... Oh mein Gott. Das habe ich ja ganz übersehen. Nein. Nein, nein, nein. Man kann sich ja neue Murmeln kaufen. Was? Wie geil ist das denn? Ey, man kann sich hier... Guck mal. Shiny Yellow Marble. Wow. Ey, wie... Nein. Oh Gott, wie schnell wir sind. Wie sch... Ey. Wenn ich mich hier... Ich bin gespannt, wie die letzte Murmel aussieht. Die muss ja absolut krass aussehen. Wir werden hier ganz, ganz böse Geschwindigkeiten, glaube ich, erreichen. So, ich kaufe mir jetzt erstmal die Murmel für... Alter, Cyber-Mummel. Wir sind so schnell. Wir sind so schnell. Das ist nicht mehr normal. Okay, ich will jetzt nicht alles für Murmeln ausgeben. Das können wir gleich machen, weil wir haben jetzt nur noch 84.000. Ey, ich kann mich gar nicht mehr überlegen. So schnell sind wir. Ich will mir jetzt noch hier für 84.000... Äh, ja, okay. Brauchen wir gar nicht, weil 84.000... 50.000 könnten wir uns noch ein Pet holen. Ich gucke mal, wie gut das ist. Ein Bärchi. Okay, ein schönes Bärchi-Baby hier. 3, ja, okay. Ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht, muss ich sagen. Ey, Bro. Okay, wir haben jetzt noch nicht den Boost geholt. Also, wir haben ja noch nicht die Klicks zum Anfang geholt. Und wir, uns fehlt ja auch schon wieder ein bisschen was. Ich muss ja eh, Leute. Mal zwei Münzen haben wir schon. Ich hole mir jetzt noch mal drei Geschwindigkeit. Das wird gleich so abgehen. Das wird nicht mehr normal. Ich sag euch, es wird wieder so ein Spiel sein, was gleich abstürzen wird. So ein Ding wird das sein. Es ist kein Spaß. Ihr wisst, ich hab, das ist nicht das erste Roblox-Game, was ich zum Abstürzen gebracht habe. Das ist wirklich schon hier, äh, ne? Das ist schon öfters mal vorgekommen bei den ganzen Roblox-Games, Roblox-Games hier. Das hier nochmal. Zack. Super. Haben wir. So, jetzt haben wir alle Boosts aktiviert. In 18 Sekunden werden wir, glaube ich, 500k gibt's da. Also, wenn wir nicht zu 500k kommen, dann würde ich stressig im Besen. Das wird gleich, puh, wie eine Rakete durchgepfeffert gehen. Wartet mal ab hier, 100k. Ich kann jetzt wieder Wiedergeburt machen. Sollen wir es einmal machen? Äh, macht Sinn, ne? Wiedergeburt? Oder? Macht keinen Sinn? Ne, macht keinen Sinn. Ich will mir erstmal bessere Pads holen. Autoklicker läuft. Autoklicker läuft hier gerade. Jetzt, guckt euch das an. Jetzt gehen wir auf einen neuen Rekord zu. Jetzt werden wir richtig schnell. Höchstpunktzahl haben wir jetzt schon. Oh Gott, guckt euch das an. Guckt euch das an. Was passiert hier? Höchstpunktzahl haben wir jetzt schon durch. Vorbei, vorbei, vorbei. Wow, was ich jetzt hier machen werde, gleich mit dem Game. Guckt euch das an. Ich werde jetzt hier gleich... Oh Gott, ich bin in der Luft. Ich will von oben... Nee, warte. Ich will von oben rein. Okay, okay, vorbei. Guckt euch das an. Hacker-Skill ist hier wieder am Start. Wir sind jetzt hier schon bei 100.000 durch. Wir machen... Ey! Wie viele? Nein! Wie viel wir gerade machen. 100.000? Auwe. Gleich 500.000. Und dann können wir... Guck mal, wir haben jetzt 3,2 Millionen. Äh, 3,2 Millionen. Das ist wirklich ganz... Wisst ihr, was wir uns da gleich holen können? Wir können uns... Wir werden noch schneller werden. Ich hole mir die letzte Momil wahrscheinlich. Jetzt kriegen wir nochmal... Wir haben 6,2 Millionen. Wir haben 6,2 Millionen. Hier, guck mal. 10 Millionen würde kosten 899 Robux. Und wir sind durch. Wir haben jetzt quasi 899 Robux erspielt. Mit uns... Ja, gut, ich habe natürlich schon ein paar Robux reingehauen. Aber wir sind auch, äh, absolut overpowered, muss man auch sagen. Und davon können wir uns gleich heftige Momilen kaufen und heftige Haustiere. Die Frage, die ich mir nur stelle... Ich würde sagen, ich werde jetzt auf Haustiere gehen. Diese Runde und nächste Runde werde ich mir diese Ultramomel kaufen. Ich bin gespannt, wie die aussehen wird. Die wird aber, denke ich mal... Ja, komm, noch einmal müssen wir durchkommen. Noch einmal müssen wir durchkommen. Das wäre wichtig. Ja, 500 K. Ziehen wir nochmal ab hier. Und wir kriegen ja das Zehnfache oder so, weil ich ja die ganzen Boosts anhabe. Und zack, hier nochmal. Guck mal, 6 Millionen kriege ich pro Runde. Das ist doch nicht mehr feierlich. Ich fliege nicht mehr. Und das ist ja noch nicht mal eine hohe Geschwindigkeit, die wir haben. Ich kann ja noch schneller werden. Ich frage mich, dieser eine Typ, der hinter mir ist, der ist auch ganz schön schnell, ne? Wow, 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 wo ist der? Habe ich mich eingeholt? Der ist hinter mir direkt, der eine Typ. Der ist auch ziemlich flott unterwegs. Aber der weiß wohl noch nicht, dass wir hier noch nicht unser voller Potenzial ausgeschöpft haben. Nehme ich hier. Wartet mal, wartet mal, was ist das hier? Kann man sich ja auch ein bisschen langsamer machen, zufällig? Weil ich kann mich ja kaum bewegen hier. 6 Millionen Eier, wartet mal. Oh Gott, ich bin so schnell, Leute. Guckt euch das an. Wie soll ich mich hier bewegen? Robux-Eier? 700, nein. 700, okay. Okay, wartet. Wir kaufen für... Ah, nee, nee, nee. Okay, das ist Robux hier. Oh Gott, ich bin so schnell, ich kann mich kaum bewegen. Rüber da. Können Sie das hier irgendwie runterstellen, die Geschwindigkeit? Ich glaube, damit haben die gar nicht... Mann, wie kann ich das denn hier... Guck mal, ich bin zu schnell. 6 Millionen, 6 Millionen Eier. Boah, das ist... Ungewöhnlich, okay. Spinne, 16 Prozent, ist in Ordnung. Maus, ja, ist okay. Können auch 2 aufmachen. Wieder Maus, ist schlecht. Und guck mal, was Seltenes, was Seltenes, was Seltenes, was Seltenes. Äh, wieder Maus. Schade. Schade, ein bisschen... Ich muss ehrlicherweise sagen, ein bisschen unnütz. Aber boah, guck mal, was die mal machen. Mal 10, mal 12. Was ist das denn hier für einer? Guck mal, der dreht voll durch hier. Das ist einfach ein Fischi. Das ist einfach ein Fisch, der hier so komische Dinger macht, ey. Der dreht ja komplett durch. Aber für mich ist das egal. Wir fahren direkt weiter. Nochmal durch hier. Und nächste Runde machen wir höchst eine neue Höchstpunktzahl. Ziel wird sein, auf 10.000 hochzukommen und das Spiel zum Absturz zu bringen. Das wäre geil wieder. So wie bei diesem einen Race-Klicker-Simulator, wo wir auch alles zum Absturzen gebracht haben. So, 25.000 hier nochmal. Komm. Ich kann Wiedergeburt machen. Das könnten wir eigentlich schnell machen. Ja, komm, machen wir schnell Wiedergeburt. Das juckt ja eh nicht. Es juckt Real Talk nicht. Nimm mal schnell mit. Und wir haben ja eh die Pads und so verlieren wir ja nicht. Und von der Geschwindigkeit... Nein! Okay. Das war nicht schwerer. Das war nicht schwerer. Das wusste ich nicht. Wir haben unsere Murmel auch verloren. Bei Wiedergeburt. 600 Prozent. Ah, okay. Gut. Das ist aber nicht schlimm. Müssten wir eigentlich nächste Runde... Ja, das ist... Guck mal. Ich... 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 Wisst ihr was hier? Komm. Wisst ihr was? Wisst ihr was? Wir sind doch hier nicht bei Armen, Leute. Das reicht mir jetzt hier. Ich hau raus. Ich hau raus. Ich... Ist egal. Ist egal. Es reicht mir auch ein bisschen. Es provoziert auch mal. Ja, gut. Ich kann es nicht schaffen. Super. Fehler. Danke. Für was ein Fehler, Bro? Warum Fehler? Hä? Warum Fehler? Komm. Ich will das kaufen hier. Jetzt klicken. Oh mein Gott. Oh! Warte. Nein. 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 Wir gehen auf einen neuen Rekord. Was? Ich hab noch... Oh Gott. Ich kann es nicht mehr kontrollieren. Wir gehen auf einen neuen Rekord mit dieser Anfangsmummel. Ich hab nicht mal die OP-Mummel. Wartet ab, bis ich die OP-Mummel hab. Oh! Bro. Äh. Guckt mal da oben bitte, was hier gerade passiert. Was passiert hier? Ich glaube... Äh. Na gut. Wir haben hier... Ja. Wir haben hier irgendwas. Äh. Hallo? Hallo? Ich bin... Hä? Ich bin runtergefallen. Wo? Äh. Hallo? Mayday. Mayday. Teleportieren. Ähm. Ich hab das Game kaputt gemacht. Hä? Äh. Hallo? Bro? Ich kann nicht mehr spielen. Ähm. Ich würde gerne wieder auf die Mobilbahn kommen. Das ist halt... Ey. Ich sag euch hart auf hart. Das ist einfach das Ding. Die rechnen bei den Games. Guck mal hier. Ich kann nichts mehr machen. Ich bin nicht mal in einem... Äh. Bro? Äh. Okay. Es ist... Ja. Ich hab's euch gesagt. Es geht... Hier. Es geht nichts mehr. Es ist kein Spaß. Wir haben... Wir haben... Erneut... Ein Spiel in Roblox kaputt gemacht. Ich check nicht warum. Okay. Warte mal. Hier. Ihr seht... Es funktioniert gar nichts mehr. Ich kann jetzt nochmal hier verlassen machen. Vielleicht kommen wir dann nochmal rein. Dass es noch auf Neues geht. Aber... Es ist schon wieder abgestürzt. Weil... Die Server... Die rechnen nicht damit, dass einer so schnell ist, wie ich es bin. Und dann schalten die irgendwie ab, weil die denken... Hacker oder ich hab keinen Plan, was hier passiert ist. Ey. Das gibt's doch nicht. Wir haben grad so viel Robux ausgegeben. Und dann hier so ein Scam oder was. Ich glaub, ich dreh durch. Guck mal. Wir sind wieder drin. Ich hab jetzt hier 11,5 Millionen Münzen. Ich geh jetzt zum Shop. Ja. Ich kann... Okay. Beim Shop kann ich jetzt... Gut. Beim Shop kann ich jetzt wieder was kaufen. Und dann kaufen wir jetzt wieder alles durch. Ich kaufe jetzt für 11,5 Millionen alle Murmeln, die es hier wirklich gibt. Alles. 36. Ey. Das wird ja... Das wird ja ewig dauern. Ich werd jetzt auch kein Prestige mehr machen. Ich glaub nämlich, wir sind mittlerweile mit unseren Boosts und mit den Pads und so... Soweit, dass wir... Oh Gott. Was ist das für eine Murmel? Alter. La. Oh. Bro. Die sieht böse aus. Die sieht... Ey. Die ist so schnell auch. Die ist richtig schnell. Lavamumel. Die sind bei den Lavas angekommen. Ey. Guck mal. Ich kann die einfach durchkaufen. Ich kann alles durchkaufen. Das macht doch mal so eine hohe Grundgeschwindigkeit. Okay. Jetzt sind wir hier am Limit. Und ich flieg runter. Ja. Es ist... Ich hab eine Grundgeschwindigkeit von 2000. Und hab noch nicht mal geklickt. Das ist halt das Ding. Wenn ich jetzt wieder gleich klicken werde, wird... Passt auf. Ich sag euch, in einer Minute 15 wird das Spiel wieder abstürzen. So ein Ding würde das sein. Ich könnte jetzt auch direkt wahrscheinlich wieder wieder... Ja. Ich kann auch direkt wieder Geburten machen. Aber es bringt ja nichts. Ich brauche ja keine Wiedergeburt machen, wenn das Spiel das jetzt schon nicht mitmacht. Macht ja absolut gar keinen Sinn. Deswegen. Direkt unten rein. Und dann Abfahrt. So reiche ich euch hart auf hart. Reiche ich mir jetzt hier. Komm. Gib Gummi hier. 250. Nimm mal nochmal mit hier. Den können wir gleich nochmal eine coole Murmel kaufen. Ja. Von dem... Ich sag euch ehrlich, die Runde ist gut, dass wir die gemacht haben. Dann kriegen wir nochmal 6 Millionen gleich. Komm. Gib mir den 6er-Li hier. Ja. Komm. Schön 6er-Li hier. Richtig. Und richtig. Und jetzt backt's wieder. Ja. Guck mal. Das ist doch... Es ist doch... Ich hab gleich die 6 Millionen bekommen. Ja. Wir sind gerade mal auf halbe Geschwindigkeit. Ich versteh's nicht. Auf halbe Geschwindigkeit und dann spiel ich dir verrückt. 25. Okay. Noch 10 Sekunden. Komm. Noch 10 Sekunden. Und dann ist over. Dann werdet ihr hier das Spiel wahrscheinlich nicht wieder spielen können. Weil Stani Banni wieder's kaputt gemacht hat. 2, 1. Vorbei. Guck mal. Das Ding ist, die anderen können gar nicht mehr weiter... So. Ich muss jetzt hier in den Shop kommen. Okay. Wir sind jetzt im Shop drin. Die Murmel. Die... Zack. Zack. Okay. Wir... Oh Gott. Wir müssen klicken. Wir müssen klicken. Wir haben alle Murmeln gekauft. Wir haben jetzt hier so ne... Oh Gott. Wie schnell ich bin. Wir haben Höchstgeschwindigkeit gleich. Ja. Ja. Ich kann nix machen. Guck mal. Ich kann nicht mehr... Ich kann das nicht mehr kontrollieren. Es geht nicht mehr. Und runter. Was passiert hier? Was passiert hier? Äh. Hallo? Hallo? Äh. Hallo? Ja. Ich stecke im Baum fest. Super. Geil. Danke. Bro. Ich stecke einfach... Ich stecke im Baum fest. Ich wurde... Oh. Ich wurde weg teleportiert. Okay. Nächste Runde. Wir probieren es wieder. Ich schenke nicht was... Ich glaube, die hat noch niemanden, der hier alle Buß gekauft hat oder sonst was. Und zack. Ja. Super. Wir sind wieder unter der Karte. Kann ich zum Shop teleportieren? Nee. Ihr seht's. Ich kann nicht mal zum Shop teleportieren. Das Einzige, was ich jetzt machen könnte, wäre Wiedergeburt. Wie teuer sind eigentlich 10 Millionen? Boah. Wisst ihr was, Leute? Ich teleportiere... Nee. Guck mal, es bringt nichts. Ich kann mich... Ich bin wieder unter der Karte. Es... Ich... Nee. Es bringt... Also... Ich gucke jetzt nur noch, was wir für Murmel kaufen können. Äh, jetzt sind wir hier... Ja, okay. Jetzt sind wir hier wieder. Ja, super. Ja, jetzt... Guck mal, jetzt funktioniert hier gleich. Ich bin wieder nichts. Die Leute wissen gar nicht, was hier passiert. Ich kann nicht... Ich kann es nicht mehr lenken. Es geht nicht mehr. Ich kann nicht mal mehr zum Shop gehen. Ich kann nicht zum Shop... Was ist da? Ich kann nicht... Ich muss Reverse machen. Oder ich muss warten, bis die Runde... Hä? Die Runde geht... Ich... Leute. Wir haben offiziell das Spiel wieder kaputt gemacht. Ich würde es gerne weiterspielen, weil es eigentlich ganz lustig ist. Aber ihr seht, es geht nicht weiter. Es funktioniert hinten und vorne. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Stani Bunny beim Spiel kaputt machen. Tschö bitte. Ich bin es dritte. Ich bin es dritor scripture. Bis zum nächsten Mal.